Fahrschule Rettig, eine der größten Fahrschulgruppen Deutschlands. Ob Auto, Motorrad, Lkw oder Bus, bei den Profis der Fahrschule Rettig sind sie richtig. Schnell zum Führerschein? Bei der Fahrschule Rettig kein Problem. Top-Ausbildung in zwei Wochen, möglich durch täglichen theoretischen und praktischen Unterricht. Oder suchen Sie einen kompetenten und zertifizierten Partner für die Berufskraftfahrerausbildung Lkw oder Bus? Auch hier ist das Fahrlehrer- und Dozententeam der Rettig-Gruppe Ihre erste Wahl. Sie haben einen Bildungsgutschein? Wir haben die nötige Qualifizierung und bilden Sie gerne aus. Auch in Ihrer Nähe in über zwölf Standorten in NRW und Rheinland-Pfalz. Neugierig geworden? Dann nichts wie los. Wir freuen uns auf Sie. Die Fahrschule Rettig, Ihre Nummer 1 für den Führerschein. Großes närrisches Gipfeltreffen der Kindertoritäten im Siegburger Kreishaus. Einen besseren Start kann es für die Jeckentage nicht geben. Rund 250 kleine und große Gäste tummelten sich in närrischen Kostümen im Februar 2016 im festlich geschmückten Casino im Kreishaus in Siegburg, um sich auf die kommenden Karnevalstage richtig einzustimmen. Ein Siegkreis Alav tönte es immer wieder aus vielen Kehlen. Auf Einladung von Landrat Sebastian Schuster kamen 14 Kinderprinzenpaare, neun Kinderprinzessinnen und ein Kinderdreigestirn aus den Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn zum närrischen Gipfeltreffen der Kindertoritäten jeweils begleitet von ihrem Gefolge. Und ganz wie es sich bei einem Kostümenempfang gehört, wurden alle Toilitäten von Kreisdirektorin Anne-Rose Heinze und Thomas Wagner, Dezernent für Jugend und Schule, einzeln persönlich begrüßt und erhielten neben Witzia auch jeweils den Karnevalsorden des Rhein-Sieg-Kreises 2016 mit dem Motto KI Karneval International. Dafür bedanken sich die kleinen Toilitäten gleich mit ihren eigenen Orden. Ich denke, dass der Kinderprinzenempfang auch für die ganzen Kindertoritäten, für die Prinzessinnen und Prinzen was ganz Besonderes ist. Die sind noch ein bisschen aufgeregt. Die Erwachsenenprinzen und Toilitäten sind natürlich Profis, die haben das schon ganz oft gemacht. Und die Kinder freuen sich einfach, hier hinzukommen, ein schönes Programm zu sehen, die Orden auszutauschen. Und ich glaube, das macht riesen Spaß und riesen Freude. Und das ist so ein richtig schöner Einstieg für die Kinder eben jetzt in die tollen Tage. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Da werden sie sich noch lange daran erinnern. Ein flottes und abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gesang und Tänzen, durch das Sitzungspräsident Hans Hermann Klein von der KG für uns Pens aus Neunkirchen-Seelscheid führte, brachte die Gäste in Stimmung. Tolle Tanzeinlagen zeigte die Kindergarde der KG Mondorf und das Tanzchor Sternschnuppen Bokorot e.V., die Kasi-Kinderfünkchen aus Loma sowie die Tanzgruppen der KG in Schladern von 1900 e.V. und Mockerkännchen Mühleib 1948 e.V. Für die musikalische Gestaltung sorgte erstmalig Axel Friedrich. Eingestimmt und gestärkt mit Kuchen, Keksen, belegten Brötchen, Kakao und Säften können für die Kleintoilitäten nun die tollen Tage kommen.